Hallo zusammen, jetzt an diesem Wochenende war wieder ein Implustesting in der Dragonflight Beta und neben einem weiteren Dungeon, den wir jetzt im Plusbereich testen konnten, nämlich der Akademie, wurde auch der Season 1 Affix Sunring angepasst. Das heißt, in diesem Video will ich nochmal kurz zeigen, wie war der Affix vorher, dann was haben sie jetzt geändert, wie spielt er sich jetzt und auch meine Meinung dazu geben, denn aus Tank-Sicht ist der echt lame geworden, muss ich sagen. Dann starten wir erstmal nochmal zum Vergleich damit, wie war denn der Affix in der ersten Implustestphase. Es zog so ein Gewitter auf und dann gab es diese bläulichen Flächen auf dem Boden, weil da bald ein Blitz einschlägt. Wenn man dort drin stand, dann wurde man gestunnt und hat natürlich Schaden bekommen. Zudem haben alle Spieler fünf solche Blitzkugeln um sich drum herum gehabt. Die wurden nach kurzer Zeit verschossen und wenn man von einer Kugel getroffen wurde von einem anderen Spieler, dann hat man auch nochmal Schaden bekommen und wurde gestunnt. Irgendeine positive Verstärkung gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Was passiert denn jetzt bei den Affix? Also erstmal bleibt dieses Gewitter natürlich gleich und wir haben diese Blitzflächen auf dem Boden, wo wir nicht drin stehen bleiben wollen. Zudem werden vier Spieler mit einem Debuff belegt, wobei es zwei verschiedene Debuffs gibt. Es gibt einmal das Mark of Lightning, erkennbar anhand des Plus-Symbols in der Debuff-Leiste und man hat so eine Blitzkugel über dem Kopf. Und das Mark of Wind, erkennbar anhand des Minus-Symbols in der Debuff-Leiste und man hat so eine, ja, Sturm-Wind-Kugel, nenne ich es jetzt mal, über dem Kopf. Wir ahnen vielleicht schon, was da passieren muss, aber dazu kommen wir gleich. Was macht denn dieser Debuff? Am Anfang ist es eher ein Buff. Das heißt, Spieler, die dieses Mark haben, egal welches, verursachen 15% mehr Schaden und 15% mehr Heilung für, wie gesagt, 15 Sekunden. Sollten sie es aber nicht schaffen in dieser Zeit, diesen Buff zu entfernen, dann gibt es Primal Overlord, einen starken Debuff, der 9 Sekunden lang Stunt und pro Sekunde hohen Schaden verursacht. Das heißt, wir wollen natürlich den Buff so lange wie möglich aufrechterhalten, aber bevor er ausläuft, ihn loswerden. Und dazu müssen Plus und Minus zusammenrennen. So erklär aber auch ein bisschen der Vergleich, wie es jetzt derzeit im Kampf gegen Anduin ist. Da gibt es ja welche, die werden so lila markiert und welche, die werden gelb markiert und die müssen ja auch zusammenrennen. So müsst ihr euch das hier auch vorstellen, die beiden unterschiedlichen Debuffs müssen zusammenrennen, um den zu entfernen. Das heißt also, wir wollen natürlich nicht zu früh zueinanderrennen, damit man den Buff möglichst lange aufrechterhält. Und vielleicht noch ein Hinweis, es ist kein Debuff, den man dispelten kann. Also wenn es einmal durchkommt, dann habt ihr auf jeden Fall die 9 Sekunden lang den Stun und den Damage. Aber Sachen, ein paar Immunities, wie jetzt Schildkröte beim Hunter, Eisblock oder auch die Antimagische Hülle beim Todesritter zum Beispiel, funktionieren, um den Stun-Debuff dann nicht zu bekommen. Aber ihr dürft nicht vergessen, es gibt ja immer einen anderen Spieler, der damit belegt ist. Und wenn ihr jetzt eine Immunity zieht und dadurch den Debuff nicht mehr habt, dann wird auf jeden Fall der andere Spieler gestunnt. Und das wollen wir natürlich nicht. Wie finde ich denn jetzt den Afix, so wie er ist? Also derzeit finde ich ihn nicht gut, aus verschiedenen Gründen. Zum einen aus Tank-Sicht, wir bekommen den Debuff rein theoretisch nicht, es sei denn irgendein Spielerstod oder zu weit weg von der Gruppe, aus welchen Gründen auch immer, was eigentlich nicht passiert. Ansonsten bekommen wir den nicht. Und versteht mich bitte nicht falsch, mir geht es jetzt nicht darum, den Buff abzugreifen, sondern wir haben den einfach nichts zu tun. Wir müssen maximal den Flächen auf den Boden ausweichen, sofern sie überhaupt unter uns erscheinen. Und das war's. Und das ist für einen Season-Afix einfach zu schwach, finde ich, was man da als Tank beachten muss. Und zweiter Punkt, auch zu schwach für die Dees und Heiler, denn man hat 15 Sekunden Zeit, das entgegengesetzte Mark zu finden. Und selbst wenn zwei gleiche Marks zusammenrennen zum Beispiel, also Mark of Lightning zum Beispiel, jetzt beide zusammenrennen, dann gibt es kein Penity oder irgendwas. Also Zeit verkürzt sich nicht oder man wird gleich gestunnt oder was auch immer. Und daher finde ich ihn auch einfach wirklich für einen Season-Afix zu einfach. Und der dritte Punkt, man kann sich jetzt darüber streiten, ob es einen Buff geben muss oder nicht. Aber ich finde, man sollte dennoch was davon haben, dass man sich darauf einstellen kann. Wie jetzt zum Beispiel wieder der Vergleich Season 1 in Shadowlands mit Prideful. Wir wussten, wann kommt das Ad bei wie viel Prozent? Was können wir denn dann machen? Kann man dann zu einem Bossfight gehen oder zu einer größeren Ad-Gruppe? Ziehe ich da dann Cooldowns und so weiter? Und jetzt ist es so, man hat ja zwar diese scheinbar noch Regelmäßigkeit, mit im Fight zu sein, muss dann vielleicht das über einen Week-Hour-Timer klären. Dieser Timer muss dann aber auch darauf achten, dass wir Imp-Fight sind, denn nur Imp-Fight taucht derzeit dieser Affix auf. Heißt, man kann sich jetzt so zeitig gerade schwer darauf einstellen. Und das finde ich dann, dann braucht man auch keinen Buff, wenn ich ja den eh gerade nicht wirklich nutzen kann, weil ich vielleicht gerade eh Cooldowns rausgekommen habe. oder die zu lange halte, weil ich eben auf diesen Affix warte. Und das kann natürlich auch sein, kann man jetzt sagen, ja, da muss man es gut spielen, okay. Aber die ersten beiden Punkte, aus meiner Sicht, ist der Affix einfach gerade etwas zu einfach. Aber letztendlich befinden wir uns ja noch in der Beta, in der Testphase. Und dafür ist es ja da, um zu schauen, wie sich das so entwickelt. Und wir werden sehen, wie er letztendlich final dann wirklich aussehen wird. Ich denke nicht, dass das so bleibt, sondern noch ein, zwei Änderungen auf jeden Fall passieren werden. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall wollte ich euch nochmal zeigen, wie er jetzt derzeit geworden ist, der Affix. Danke euch vielmals fürs Einschalten und sage, bis zum nächsten Mal.